Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es am Titel. Ich bin happy, ich bin glücklich. Das Geheimnis ist gelüftet, ein bisschen anders als geplant, aber damit habe ich gerechnet, dass es in einigen Filialen vorher schon da ist und dass die ein oder andere Review auch schon online gegangen ist. Ihr habt es mitbekommen, falls nicht, wo wart ihr? Ich habe eine komplette Kollektion in Zusammenarbeit mit Catrice entwickelt und rausgebracht. Die ist jetzt überall erhältlich und in diesem Video wollte ich euch nochmal zusätzlich so ein kleines Eine-Palette-Drei-Looks machen. Wir werden auch ein bisschen die Blush-Palette einbinden. Ihr könnt mir aber auch gerne Wünsche in die Kommentare schreiben. In diesem Video wollte ich mich so ein bisschen mehr auf spannendere Looks konzentrieren. Auf dem Catrice-Kanal ist ein ähnliches Video bzw. geht ein ähnliches Video auch noch online und da habt ihr nochmal andere Looks. Deswegen so, dass ihr wirklich ganz, ganz, ganz viel Content habt und auch ein paar Inspirationen habt. Ich starte tatsächlich mit dem ersten Look. Ich zeige euch aber vorher die Kollektion. In der Kollektion sind neben der 18-pennigen Lidschatten-Palette natürlich auch noch die Baked-Face-Palette. Das Schätzchen sieht einmal so aus. Ihr habt bestimmt schon diese ganzen Details da drin gesehen. Das XO Maxim, das ist meine Handschrift. Wir haben meinen Fingerabdruck auf der Verpackung mit drauf. Wir haben wirklich probiert, mich in diese Kollektion reinzubringen. Und viele von euch hatten die Kollektion ja auch schon gesehen und einige haben sie auch schon zu Hause. Und das war so das überwiegende Feedback, dass man sieht, dass ich diese Kollektion bin und die Kollektionen von mir sind. Das war definitiv das Ziel. Die Kollektion ist überall erhältlich. Ich weiß nicht, wie der Stand heute ist, aber sämtliche Drogeriemärkte, sämtliche Online-Shops international haben diese Kollektionen. Das heißt, falls ihr sie noch nicht bekommen habt, es ist eine Limited Edition. Was weg ist, ist weg. Aber schaut da gerne mal in den Links unten in der Infobox vorbei. Wir haben natürlich auch noch zwei ganz besondere Pinsel. Einmal den Powderbrush und den Cheekbrush. Und natürlich auch noch ein Lipgloss, da kommen wir aber später zu. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich auf euren Looks bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube, egal wo, markiert mich und Catrice Cosmetics Germany gerne, dass wir das alles sehen. Wir sind nämlich super gespannt, was ihr für tolle Looks kreiert. Das ist mein Schätzchen hier. Wir haben 18 Farben mit drin und ich dachte, wir schminken heute mal so einen, wollen wir einen klassischen Maxim Giacomo Look schminken? Ich glaube, oder? Es würde naheliegen. Der zweite Look ist so ein bisschen romantischer. Dazu gehe ich mit einem fluffigen Blendepinsel in die Farbe Rubors. Das ist ein richtig schönes Kamelbraun und die setze ich mir einfach komplett in meine Lidfalte. Die ist extrem pigmentiert und ich habe auch gesehen, dass einige gedacht haben, die Farben sehen sich aber recht ähnlich. Auf dem Aufblick sehen sie sich tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich. Das gebe ich definitiv zu. Aber wenn ihr sie auf dem Auge habt, habt ihr wirklich verschiedene Töne. Weil ich weiß, dass Braun von euch und von mir natürlich auch eine Lieblingsfarbe ist. Aber es je nach Hautfarbe und je nach Hauttyp natürlich immer ein anderes Braun geben muss, damit jeder die perfekte Transition Shade hat. Und ich wollte die Kollektion und vor allem auch die Lidschattenpalette so inclusive wie möglich haben. Dass je nachdem, ob ihr heller seid, ob ihr dunkler seid, mit vielen, vielen, fast allen Farben eigentlich arbeiten könnt. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, auch auf den Swatches, die ich euch hier nochmal einblende, seht ihr das. Dass alle Farben, je nachdem welche Hautfarbe ihr habt, auch nochmal anders rauskommen. Und das ist wirklich so, so wichtig. Mit einem sauberen Blendepinsel gehe ich in die Farbe Luna und mische ganz leicht Rubors mit rein. Mit Luna könnt ihr wirklich alle Farben auch nochmal anpassen. Das war mir ganz wichtig, dass man wirklich aus den Farben auch nochmal andere Farben machen kann. Ihr könnt alle Farben miteinander mischen, wenn ihr wisst, welche Farben bei bestimmten Mischverhältnissen bei rauskommen. Das ist so ein bisschen, man lernt es und man lernt auch tatsächlich viel über Farben. Aber damit kriegt ihr einfach sehr, sehr einfache, leichte Blending-Effekte hin. Ihr seht es, beispielsweise Luna und Rumors wird eine ganz, ganz andere Farbe. Ich nehme mir wieder den Pinsel von eben und gehe in die Farbe Community. Mir war es auch hier in dieser Kollektion wichtig, dass ich euch nochmal eine Farbe persönlich widme. Für euch, für die Community. Wir hatten ja auch in der ersten schon die Farbe Günstmaus. Das war tatsächlich von vielen von euch auch wirklich eine Favorite-Farbe. Und auch für mich. Aber Community, ich glaube ihr merkt es auch, wenn ihr die Farben seht, dass ich, ich wiederhole mich glaube ich, aber das war wirklich mein Ziel. Ich habe mir gewünscht, dass es eine Palette wird, zu der ihr jeden, jeden Tag greifen könnt. Und auch lange, lange damit Spaß habt. Egal welche Jahreszeit. Jetzt beispielsweise für den anstehenden Herbst haben wir schöne Brauntöne, schöne Warmtöne. Für den Frühling haben wir tolle Rosé-Farben. Und im Sommer habt ihr auch noch die erste Kollektion oder die erste Palette. Und falls ihr die nicht habt, mit der Baked Face Palette, habt ihr da auch nochmal Möglichkeiten. Also ihr wisst, ich habe euch ja schon oft erzählt, wie lange solche Entwicklungen dauern. Und wir haben wirklich ein Jahr lang auch an den Farben gesessen und geschaut, welche Farben passen zu welcher Jahreszeit. Und wie kann man das Ganze so machen, dass ihr die meiste Freude damit habt. Ich habe mir die Farbe Community in und außen aufgetragen. Und gehe jetzt nochmal mit dem vorhin sauber gewesenen Pinsel einfach rüber und blende das Ganze hier so ein bisschen aus. Mit dem Laetitia und Maxim Brush Nummer 2 gehe ich auch nochmal in Community und platziere mir die Farbe wirklich punktuell hier vorne hin. Dass wir so ein richtig schönes Halo Eye haben. Ich wollte wirklich, dass ich diese Palette, egal was, immer nutzen kann. Und dafür musste die Farbe perfekt sein. Und das ist sie geworden. Ich gehe jetzt mit dem sauberen Pinsel in Truth. Truth ist wesentlich wärmer und wesentlich orangener. Und damit blende ich mir hier vorne und hier hinten einfach nochmal den Übergang etwas brauner wieder. Durch Rumors war das ja so ein Kamelton. Und mit Community verbindet sich die Farbe dann nochmal anders. Und so kriege ich nochmal einen ganz, ganz anderen braunen Ton hin. Außen ganz, ganz fein gehe ich mit dem kleinen Brush in die Farbe Spillet. Spillet ist zwar so ein bisschen rotstichiger, würde ich sagen. Oder ein bisschen wärmer. Der Rotanteil ist in der Farbe wesentlich höher. Aber dadurch poppt eure Augenfarbe nochmal so ein bisschen mehr raus. Weil Rot und Grün und Blau, das betont nochmal die eigene Augenfarbe. Mit meinem Finger gehe ich jetzt in die Farbe Creamer. Creamer ist hier so ein richtig schönes Gold. Aber ein recht kühles Gold. Und das setze ich mir jetzt erstmal hier punktuell ins Zentrum. Und ihr habt sofort ein krasses Highlight. Und dann nehme ich mir den Blendepinsel, gehe in Creamer und tupfe das hier so ein bisschen an den Übergang und ein bisschen höher. Und dadurch kann ich auch einen Schimmerton recht weich in einen matten Ton mit einblenden. An meinem unteren Wimpernkranz mache ich tatsächlich einfach genau dasselbe wie oben. Ich gehe ein bisschen mit Spill it, Community und Truth am unteren Wimpernkranz entlang, um den so ein bisschen zu verdunkeln. Und ein bisschen schwarzen Kajal auf die Wasserlinie. Ich lieb's. Ich lieb's so sehr. Endlich kann ich euch die Palette zeigen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch Lashes aufgeben. Ich bleibe heute einfach bei Mascara und dann zeige ich euch gleich noch ein Lippenheck. Was ich super, super gerne mache, ist, ich benutze die Lidschattenpalette tatsächlich auch als Lippenstift, als Lip Liner. Und dazu nehme ich mir einfach einen kleinen Brush und gehe am liebsten in Signature und mische so ein bisschen Community mit rein. Das ist ein perfekter Braunton. Und je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt, könnt ihr entweder heller oder dunkler gehen im Mischverhältnis. Und ihr wisst, ich bin ein großer, großer Fan davon, dass sich Farben wiederholen. Und wenn ihr das, probiert's mal aus. Euer Make-up sieht so natürlich aus und so harmonisch. In die Mitte nehme ich meinen Finger und gehe in Fanky Next und blende das so ein bisschen zusammen. Und gehe dann mit dem Lipgloss rüber, um das Ganze so ein bisschen wieder frischer zu machen. Und das ist der erste Look mit der Palette für euch in diesem eine Palette, drei Looks Video. Wie gefällt euch dieser Look? Ich muss sagen, das ist so ein Signature Maxim Giacomo Look, würde ich sagen. Braun, Kajal, nudige Lippe. Alles so ein bisschen reduziert und die Base ist poppin'. Ihr könnt natürlich noch ein bisschen Highlighter benutzen oder ein bisschen Blush aus der Face Palette. Das machen wir aber im nächsten oder im übernächsten Look. Und wir starten auch direkt mit einem super simplen Look. Ich weiß, dass die Kampagnenbilder sehr extrem waren. Wir hatten dunkle Töne, wir hatten rot, wir hatten grün, wir hatten einen richtig düsteren Warm-Tone-Look. Und heute wollte ich mit euch einfach mal ein paar leichtere Looks machen, die ihr für den Alltag vielleicht auch perfekt nutzen könnt. Und im ersten Look wollte ich vor allen Dingen die rosanen Shades benutzen. Ich will euch natürlich so viele Inspirationen wie möglich geben. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich heutzutage immer noch auf Looks markiert werde zur ersten Palette. Und immer noch denke, wow, warum bin ich nicht auf diesen Look gekommen? Und deswegen freue ich mich, wenn ihr mich natürlich auf euren Looks markiert. Ich starte tatsächlich auf einer mehr oder weniger gesetteten Base mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe in die Farbe Thank You Next. Das ist so ein zarter Rosé-Ton und den presse ich mir erst mal hier rauf. Ich möchte gar nicht so intensiv heute werden, sondern wirklich nur so einen Hauch an Farbe. Einen sehr romantischen Look. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Bezeichnung romantischer Look. Tatsache ist der auch in Zusammenarbeit mit Catrice entstanden. Ich weiß noch, dass ich damals, bevor die erste Palette entstanden ist, da in einem Livestream war und ich hier eine Farbe beschrieben habe. Und ich habe sie als romantisch beschrieben. Und das war irgendwie auch so ein bisschen die Inspiration hinter dieser Farbe. Ihr seht es, die ist vom Unterton eher so ein bisschen kühler. Sie geht so ein bisschen in die Murph-Richtung. Ich werde sie auch gleich als Blush benutzen, dass ihr auch die Farbe nochmal seht. Farbe könnt ihr natürlich auch noch als dritte Blush-Farbe dazu benutzen. Die ist dann eher so ein bisschen was Romantischeres. Tatsache ist das so eine Farbe, die ich sehr, sehr gerne tragen würde, wenn ich mir überlege, okay, ich gehe vielleicht auf ein Date oder mit meinem Mann oder ich will einfach nicht so viel, aber trotzdem ein bisschen Farbe auf dem Auge haben. Und dafür eignet sich Thank You Next einfach perfekt, weil sie so natürlich ist. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Launch-Video gesehen. Falls nicht, ich verlinke euch das gerne einmal hier in der Ecke. Mir war es wichtig, dass ihr mit den Farben auch nicht überfordert seid. Dass ihr wirklich überlegen könnt, was möchte ich schminken und ohne da stundenlang Cut-Creases zu ziehen, einfach schöne Farben auf euren Augen habt. Ich habe auch extra einen fluffigen Blendepinsel zum Erstauftrag benutzt, damit die Farbe einfach ein bisschen leichter auf dem Auge ist. Jetzt zeige ich euch, was das Pigment kann und nehme mir hier so einen ganz, ganz kleinen Pinsel und gehe nochmal in die Farbe Thank You Next und presse das wirklich auf mein bewegliches Lid. Und je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt, kommt diese Farbe natürlich auch nochmal ganz anders bei euch raus, weil sie sich so ein bisschen an euren Hautton und mit eurem Hautton zusammenfügt. Erinnert ihr euch an die Look-Beschreibung Augenentzündung? Auch die war ja in der ersten Palette so ein bisschen der Running Gag. Ich wollte sie jetzt einfach ein bisschen erwachsener machen. Ich glaube, man merkt das auch und einige hatten das auch schon gesagt in ihren Reviews, dass man merkt, dass ich einfach auch älter geworden bin und meine Interessen für Farben einfach ganz anders geworden sind. Ich nehme mir jetzt meinen Finger und gehe in die Farbe CEO. Das ist dieser super, super cremige Ton, der so ein bisschen um die Topper-Richtung geht und gehe einfach hier komplett rüber. Und dadurch, dass sie vom Unterton her sehr ähnlich sind, passt die auch perfekt dazu. Ich mische noch so ein bisschen Denim mit rein, um noch ein bisschen mehr Rosa zu haben und habe schon mal was ganz, 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 ganz Leichtes. Perfekt, wie gesagt, für den Alltag. Und wer möchte, kann auch noch einen Liner ziehen. Und auch dafür ist die perfekte Farbe drin. Dafür nehme ich mir einfach so ein Angled Brush und gehe als erstes in die Farbe Left-On-Red. Das ist dieser Rotweinton. Und damit setze ich mir hier außen einfach nur so einen kleinen Wing und ziehe mir den einfach nur hier hinten raus. Und dann könnt ihr so ein bisschen Spill-It mit reinmischen und das Ganze an Wimperkranz abdunkeln. Mit Spill-It gehe ich tatsächlich auch vorne einfach so ein bisschen an meinen Inner Corner. Am unteren Wimperkranz will ich bei diesem Look tatsächlich nichts machen. Ich finde, für den Alltag ist so ein zarter Touch an Rosé immer völlig ausreichend. Ein bisschen Lipglas und ihr seid ready für den Alltag. Und weiter geht's mit dem nächsten Look. Last but not least machen wir einen Look gemeinsam, der vielleicht etwas für die jetzige Jahreszeit ist, die jetzt auf uns zukommt und so ein bisschen mehr Bums hat. Ich weiß, dass viele von euch es wirklich gerne natürlicher mögen. Und dafür, glaube ich, ist vor allen Dingen der zweite Look von eben recht gut. Dieser Look ist wirklich für meine Mäuse, die wirklich Power haben wollen. Und die Key Colors, also die Hauptfarbe dieser Palette, und zwar das Grün. Wobei ich sagen muss, dass ich finde, dass Grün gar nicht unbedingt die Hauptfarbe daraus sein soll. Mir war es halt wichtig, und ich glaube, das habt ihr auch in dem Video schon mitbekommen, dass man mit den Farben wirklich verschiedene Looks machen kann, die man immer benutzt. Und dafür starte ich mit einem fluffigen Blendepinsel mit Forest. Das Ziel dieses Videos ist es natürlich, nicht nur euch Inspiration zu geben, sondern auch zu zeigen, wie schnell und einfach man arbeiten kann. Ich nehme jetzt auch extra einen fluffigen Blendepinsel, um nur so einen Hauch Grün zu haben. Ich möchte nämlich nicht so wie in den Hauptbildern oder in der Kampagne so einen super intensiven Grünlook haben, sondern wirklich nur ganz, ganz leicht. Und ein kleiner Hack, wenn ihr auch hier wieder Luna und Forest zusammen mischt, kriegt ihr so einen etwas helleren, pastelligeren Grünton, der etwas alltäglicher ist, der vielleicht nicht ganz so intensiv ist. Ich nehme mir wirklich nur ein bisschen Pigment, und ihr seht schon, das ist was da. Also, wenn ich sage ein bisschen, meine ich einen Blendepinsel, der wesentlich leichter Pigment auf die Haut aufgibt. In dem Hauptlook, den ihr in der Kampagne gesehen habt, habe ich vor allen Dingen Forest und Spill It benutzt, aber als Cut Crease. Heute möchte ich eher so ein Smoky Eye machen, was aber in die sehr edle Richtung geht. Und dafür finde ich, ist immer so ein Grünton recht passend. Ich will jetzt auch nur so einen Hauch Grün haben und nehme mir jetzt nochmal einen recht großen Blendepinsel und gehe in die Farbe Truth. Das ist ja dieser orange-stichige Ton. Und damit blende ich einfach nur Forest aus, dass ich so einen Übergang zwischen Grün und Orange habe, um das Ganze recht herbstlich zu machen. Wie, als würde man so einen kleinen Herbstspazier machen. Dann nehme ich mir die Facepalette und gehe in Tan Lines und will einfach nur diesen Hauch an Schimmer hier oben rüber setzen. Den seht ihr jetzt in der Kamera kaum, aber je nachdem, wie das Licht fällt, kriege ich hier einfach wie so einen Wet Skin Effekt. Da seht ihr es auf meinen oder unter meiner Augenbraue. Und die blende ich so ein bisschen an. Dann könnt ihr auch noch so ein bisschen Amore mit reinmischen. Einfach, dass ihr den Übergang zwischen Blush und Lidschatten ein bisschen weicher habt. Dann gehe ich mit dem Cheek Brush in Amore und platziere mir den Blush auch wirklich nochmal hier so ein bisschen höher. Ich finde, das sieht dann immer so ein bisschen Avantgarde aus. Also das ist ein Look, wenn ihr auffallen wollt. Wow! Und mit dem Letizia und Maximum Nummer 2 gehe ich direkt in Spill It. Spill It ist wirklich die dunkelste Farbe in der Palette als Matterton. Und die gebe ich mir komplett auf mein bewegliches Lid. Es wird, wie gesagt, ein sehr, 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 sehr dunkler Look. I love it! Und den presse ich mir richtig schön in die Haut. Ihr könnt natürlich auch eine Base benutzen. Es ist aber bei jeder Lidschattenpalette so, wenn ihr eine Base benutzt, die feucht ist und sie nicht fixiert, sind die Lidschatten noch viel, viel intensiver. Also das ist so ein bisschen das, was ich euch empfehle. Je nachdem, welchen Look ihr haben wollt, wechselt auch die Pinsel. Wenn ihr nur einen leichten Touch an Farbe haben wollt, nehmt euch einen Blendepinsel. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, mit einem fluffigen Blendepinsel in 1806 gehen. Und damit kriegt ihr eigentlich nur den goldenen Schimmer mit. Ich gehe hier nur ganz leicht rüber. Ich möchte kein Grün drauf haben, sondern ich möchte wirklich nur diesen goldenen Schimmer. Und das ist der Vorteil an diesen geflagten Farben, die so ein bisschen lockerer in der Palette sitzen, aber dadurch natürlich viel, viel mehr Bewegungs- und Spielraum für euch haben. Und Tatsache wäre es das auch schon für oben. Ich mache das Ganze einmal unten. Und das ist ein sehr sultry, intensiver Look. Und ich glaube, vielleicht fällt es dem einen oder anderen von euch schon auf, Forest ist im Prinzip meine Augenfarbe, die ich da mit reingepackt habe. Genauso wie mein Fingerabdruck, der da vorne mit drauf ist. Und mit 1806 diese gelben Specs. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera erkennen könnt, aber ich habe ja auch so einen gelben Ring um meine Iris drumherum. Das ist, ja, meine Augenfarbe Tatsache. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass wir die Farbe genau so hinbekommen haben. Und hier haben wir den finalen Look. Ein Look, den ich so tatsächlich damit auch noch nicht geschminkt habe. Der ist natürlich sehr intensiv. Mir ist es aber wichtig, dass ich euch zeige, was mit dieser Palette alles möglich ist. Mittlerweile habt ihr ja auch schon einiges gesehen. Wir haben rosy, wir haben braun, wir haben grün, wir haben avantgarde mit einer kühlen Lippe. Dazu ein schönes, intensives Outfit. I love it. Freunde, ich bin super, super gespannt auf eure Looks. Markiert mich und Catrice Germany gerne bei Instagram. Schickt uns Bilder per DM, wie auch immer ihr wollt. Und kommt unbedingt morgen auf Instagram. Denn ich habe eine dicke, ja, es ist keine Verlosung, aber ich lade einige von euch nach Berlin ein. Und wir werden eine gemeinsame kleine Masterclass machen. Ich zeige euch die Produkte, ihr kriegt ein PR-Paket. Also hüpft unbedingt zu Instagram rüber. Ihr könnt einiges dort, ja, man kann so sagen, ich freue mich auf euch. Die Produkte sind unten in der Infobox verlinkt. Ihr findet sie aber auch wirklich überall. Danke, danke, danke für eure ganze Liebe. Tschüss.